Montagmorgen. Das ist der Jana. Ich muss leider eher auf die Straße gucken. Auf nach Ebersberg und auf vorne. Jona, Zwischenbilanz. Zwischenbilanz. Jetzt haben wir den Schlüssel und jetzt kann ich los gehen. Hallo, willkommen zu Tag 2. Ich habe eine Tasche für das Wüstern. Ansonsten – haben wir bestimmt noch nie in den Schlüssel. Das wird strafen. Da ist es nicht. Wenn wir die Schlüssel auskennen, dann kommt es im Schlüssel – bis dahin. Du bist nicht. Dann kommt es mal. Ja, das wird es in den Schlüssel vaifrocken. Dann kommt es in den Schlüssel. Sog. Dann kommt es mal an. Denn im Schlüssel steht Mama. Untertitelung. BR 2018